Als ich abends von meiner Tour zurückkehrte, fand ich Heinrich aufgebracht vor. Nun war auch er im Stürmer der Rassenschande beschuldigt worden. »Verdammte Lüge!« empörte er sich. »Seite ich Paula kenne, seit über einem Jahr, habe ich keine andere Frau angerührt.« »Dafür früher umso mehr«, zog ich ihn auf. Doch danach stand meinem Bruder nicht der Sinn. Er schimpfte ungehalten weiter. Ich versuchte, ihn zu beruhigen. »Du bist niemandem Rechenschaft schuldig. Die Stürmer-Schmierer scheren sich einen Dreck um die Wahrheit. Sie brauchen jede Woche neue Rassenschänder. Dieses Mal warst du in der Reihe.« »Meinst du, die schicken mir eine Schläger-Truppe auf den Hals?« Angst. Die Einschüchterung der Juden hatte Erfolg. Ebenso die Methode, so den eigenen Leuten ein Gefühl von Macht zu vermitteln. Heiner blieb sicherheitshalber vorwiegend daheim. Doch nach einigen Tagen begann er sich an die fortwährende unbestimmte Bedrohung zu gewöhnen. Als erstes besuchte er Paula, um ihr die Furcht zu nehmen. Mein Bruder sah sich nach einer neuen Beschäftigung um. Auf Einladung von Salomon Weinberg fuhr Heine nach Leipzig zum Ehemann unserer Tante Rebecca, Vaters Schwester. Derweilen fuhr ich mit dem Hausieren fort. Im einsetzenden Frühjahr nahmen die Verkäufe leicht zu. Auch Herr Numberger war, wie er mir bei einem Besuch in seiner Vierterfabrik mitteilte, durchaus zuversichtlich. Man habe die Nazis nicht verhindern können. Doch Hitler sei von honorigen Männern in der Reichsregierung eingerahmt. Er verhalte sich im Großen und Ganzen gesetzeskonform. Notstandsmaßnahmen seien nichts Neues. Brüning, Papen und Schleicher hätten nicht anders regiert. Das letzte Wort habe stets Reichspräsident von Hindenburg. Und dieser habe auch das Wohl der Juden, vor allem der jüdischen Frontsoldaten des Weltkriegs im Auge. So viel er wisse, sei ja auch mein Vater Frontsoldat gewesen. Hitler habe Hjalmar Schacht, den Bezwinger der Inflation von 1923, zum Reichsbankpräsidenten gemacht. Der werde dafür sorgen, dass wieder Geld in die Wirtschaft fließe. Die Börse ziehe an. Banken und Unternehmen schöpften wieder Hoffnung. Sein Unternehmen verzeichne wie andere Textilfirmen leicht steigende Umsätze. Ich solle mir keine Sorgen machen. Und Geld kennt auch keine Rassen und Ideologien. Dem werden sich auch die Nazis bald unterordnen müssen. Numbergers Optimismus erinnerte mich an die ständige Zuversicht Lazarus Bodenheimers. Doch der führte Fabrikant war anders als mein Chef, ein vorsichtiger Kaufmann und nachdenklicher Zeitgenosse. Ich hatte die SA-Brutalität am eigenen Leib erlebt. Denes Geschäft war beschmiert worden. Die SA hatte hunderte misshandelt, manche totgeschlagen. Das seien Kinderkrankheiten, wollte Herr Numberger mich glauben machen. Wenn sich die Lage beruhige, dann werde Deutschland wieder ein Rechtsstaat werden. Das ist ein sehres Ziel.